Arschen, wir müssen noch mal was treffen hier. Das kann ja wohl nicht sein. Läs mal ein. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rage Mode. Dieses Mal bei der zweiten Aufnahme, weil bei der ersten hatte ich einen kleinen Fail. Und zwar war die Mikroqualität irgendwie ganz schön komisch. Ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. Jetzt soll es die beste sein, aber jetzt hört ihr kein In-Game-Sound wahrscheinlich. Weil irgendwie buggt das hier gerade rum und wieso, weiß ich gar nicht. Und ich muss mich jetzt total umstellen hier. Aber das ist schon mal ganz gut. Naja, bam. Ey, das ist total die Umstellung. Das ist ja total die Umstellung, Leute. Ich bin auch gar nicht zu Hause, falls ihr seht. Ich bin an einem ganz anderen Rechner von einem ganz anderen Kollegen. Weil deswegen kam auch gestern das Video nicht, als ich es einfach nicht geschafft habe, das Video noch zu machen. Und ja, ich meine, dass mal einen Tag kein Video kommt, ist ja nicht so schlimm. Und es hat gerade rumgeleckt. Wie scheiß und Dreck. Darf eigentlich nicht sein. Vor allem im Wage-Mode. Alter, ihr bombardiert mich ja alle kaputt, ne? Ihr macht mich da alle kaputt, ihr kleinen Penner. Das soll das so erzählen, wa? Scheinbar. So wird es sein. Naja, was soll's. Jo. Dann kriegt ihr halt saures, wenn ich euch mal finden würde. Und nicht die Möcke mal kennen würde, besser gesagt. Alter. Alter. Spielspieler noch schlechter wie... Naja, ist das jetzt mal nicht. Ich glaube, ich spare mir den Kommentar. Nee, ich spare mir den Kommentar einfach. Komm, treff da mal was. Willst du mich? Ja, verarschen. Wir müssen doch mal was treffen hier. Das kann wohl nicht sein. Lies mal ein. So. Ich habe mal, dass das dann durch die Musik, die ich darunter lege, ein bisschen, besser klingt, weil wir ja jetzt keine Game-Stone haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber besser kein Game-Stone, wie gar kein Auftrag, würde ich sagen. Jo, jo. Und du, Bastard? Willst du dich verstecken von mir, oder was? Hä, du Bastard? Willst du dich verziehen von mir, oder was? Du willst dich verziehen? Das sehe ich mir mal gar nicht ein. Jetzt muss ich meine KD erst mal ein bisschen aufbessern. Nicht überhaupt jemanden finden würde. Mann, das ist doch scheiße. Irgendwie... Kann das sein, dass sie von Contestrike ist, die Map? Ich glaube... Ja doch, klar. Das ist die Map Dust von Contestrike. Wer Contestrike kennt, kennt, glaube ich, auch diese Map. Die ist aber gar nicht schlecht nachgebaut, muss ich sagen. Ich finde es ja immer so geil hier an Wage Mode, wenn wir hier so Maps haben von anderen Spielen, die halt eigentlich recht fame sind, sage ich mal. Deswegen ist das eigentlich recht nice, so die Maps. Spiele ich gerne persönlich. Auch die Maps hier, wie Highjacket, Newtown, die es hier auch drin gibt. Letztes Mal habe ich auf Newtown gespielt, habe ich auch eine ganze KD gerissen. Aber jetzt kann ich hier gar nichts reißen. Weil ein bisschen ungewohnt und auch ein bisschen schneller, weil schnellere Hintergleitung und so. Und, ja, ja. Der Spielspaß ist nach wie vor trotzdem da. Ja, es ist übrigens gerade 10.40 Uhr an einem Samstagmorgen. Ja, der Zobby steht manchmal auch früher auf. Obwohl ich eigentlich gar nicht vorstellen wollte heute, aber naja. Was soll's. Was soll's, was ich nicht alles tue. Bleib doch stehen, du verdammt, der Spieler. Toll, damit habe ich mir jetzt nur selber Schaden gemacht und immer derselbe Kämpfer, immer derselbe. Normalerweise müsste ich hier voll abgehen, wie so ein Barbo, ey. Weil ich diese Maps so oft gespielt habe auf CS. Das ist einfach so unnormal. Normalerweise müsste ich hier jeden scheiß Winkel kennen. Aber die ist auch nicht haargenau so nachgebaut, wie sie mal war. Und jetzt merke ich, da kommt einer um die Ecke. Gegen den ich mich aber noch wehren konnte. Aber gegen den nicht mehr. Das ging nicht mehr. Das ging nicht mehr. Ja, das war zu eng. Zwei zu eng. Ach Mensch, ey. Lasst mich auch mal ein bisschen abstauben hier. Nicht nur ihr immer. immer abstauben. Schau mal mal Chubby abstauben. Hier kennt einer. Jetzt nicht mehr. Oh, da war noch einer. Das ist halt so ein kleiner Vorteil. Das ist im Gegensatz zu CS. Du kannst die Leute wenigstens durch die Wände sehen. Das ist irgendwie, komme ich bevor wie CS mit Aimbot. Nur, dass ich nicht durch Wände schießen kann. Und schon haben wir wieder eine Runde rum. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir eine gute Bewertung. Und nun wünsche ich euch noch viel Spaß mit meiner Endcard. Bis am Montag, also morgen. Und haut raus. Ciao. Heyho, Leute. Herzlich willkommen auf meiner Endcard. Hier unten links in der Ecke seht ihr jetzt die letzte Folge Wage Mode. Oder wer Bock auf eine andere Art und Weise hat, was ich mal spiele, ist oben rechts in der Ecke eine Folge Mario Party. Schaut doch auch bei mir auf Twitter und auf Facebook vorbei. Und einen Daumen nach oben nicht vergessen. Bis dahin und haut rein. Ciao.